Warum bin ich so dumm? Die lachen mich aus! Freunde was geht? Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal mit mir. Euer mir Lexus und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Und zwar geht es heute weiter mit den Leveln von dem guten Lure. Wir machen heute mal weiter mit Start2FindTheBulletParty. Das habe ich ja schon im letzten Mario Maker 2 Video mal angefangen ein bisschen. Ein paar Versuche gemacht, aber ich möchte es mal schaffen, weil ich will das schaffen. Geiler Grund, oder? Ich will es schaffen, weil ich es schaffen will. Let's go! So, let's go! Da fällt auch runter. Scheiße! Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Oh Gott! Ui! So, kann man da hier vielleicht noch irgendwie hoch oder so? Ja. Hier vielleicht irgendwie? Nein. Hä? Kann man da rein? Nein, kann ich nicht. Oh Gott! So, die Münze hat aber nichts zur Sache. So, komm her, komm! So! Oh! Wie? Habe ich es geschafft durch die Lücke zu kommen? So, weiter geht's, komm! Nächster Versuch. Der Lurpp baut da sehr gerne Sounds ein, habe ich das Gefühl. Oh! So Leck Mann So, komm schon Ich will das Level schaffen, ey Ich fühl mich da immer dezent kacke, wenn ich das nicht schaff So, jetzt komm Jetzt schaff ich's Nochmal Jetzt aber, ich schaff's jetzt, jetzt schaff ich's Ich hab ein gutes Gefühl, jetzt schaff ich's So, ich geb dem Level jetzt noch Drei Versuche Drei Versuche Versuch Nummer 2 Let's go Oh Scheiße Mann Jetzt brauch ich's, jetzt hol ich mir den Pilz lieber mit Ich glaub das ist doch besser So Level Lalalalalalalalalalalalalala Ich hab mich Nicht erschrocken Nicht erschrocken, ne Komm jetzt aber, jetzt, jetzt komm Oh, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Leck mich Ich weiß, ich weiß, dass ich so ein Level schaffen kann Ich weiß es einfach Ja, ich hab's noch mal gemacht hat Ja, komm Ja, komm Ich glaube, das hat er extra für mich gebaut, weil da kann man schnell unterwegs sein. Leck, Alter, genau rein, Alter. Voll mit dem Gesicht drauf. Warum bin ich so dumm? Jetzt aber. Let's go. Ich schaffe dieses Level. Ich weiß, dass ich dieses Level schaffe. Ich glaube an mich. Komm schon, jetzt aber. Das sage ich ihm über jeden Versuch. Huh. Ha. Ey, das ist doch unfassbar. Ich will dieses verdammte Level endlich schaffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. 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 Das ist echt schwer. So. Letzter Versuch für heute. Für dieses Level zumindest. Es gibt ja noch ein paar andere. Habe ich gesehen. Es gibt noch ein paar andere neue Level. Diese Stelle hier, ne? Die muss aber echt nicht sein, hier. Nein! Mann, du! Suckelzer! So. Nächstes Level, was wir spielen, ist Bombastic Fun. Ich merke jetzt schon, es wird ein super Level. Es wird ein super Level. Let's go. Oh mein Gott. Wieder so einer. Die lachen mich aus. Oh Gott. Lecker, was ist das? Komm. Jetzt aber. Okay, das Lachen provoziert. Alter. Hör auf zu lachen jetzt. Ich glaube, ich muss durchrennen. Kann es sein, dass ich durchrennen muss? Jetzt kommt. Hüpf. Jawoll. Oh Gott, oh Gott. Da kommt ja noch einer. Oh Mann. Jetzt aber. Komm schon. Das gibt's doch nicht mehr. So langsam macht's mich. So langsam macht mich das Level aber ganz schön agg... Du. So langsam macht mich das Level aber ganz schön aggressiv, du. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Danke, danke, ein Checkpoint. Wenigstens hier mal ein Checkpoint. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Ey, unfassbar, ne? So, komm, lauf. Lauf, du kleiner Beschissen- Klemmtner. Okay, meine Freunde, ich bin raus aus dem Video. Ich bedanke mich bei euch für das Search-Shop und Asandrauch. in der nächsten Folge werden wir definitiv weiterspielen mit seinen Leveln, die Leveln vom Lure, mit den Leveln vom Lure und ja, dann sehe ich dich und euch da draußen bis dahin, alles gut dort rein, euer Vilexus, habt noch einen schönen Tag euer Vilexus, genau und Peace